Ein Mann wie ein Band. Guck mal, was ist aus ihm geworden. Warte, da ist ein Kind. Wo ist Mama oder Papa? Total stolz auch noch. Haben wir gemacht, so. Liebe Deutsche, das ist türkische Theater. Kinder kommen, gehen, laufen, wo. Türkische Theater wie türkische Hochzeit. Nach der Aufruhrung bekommt ihr ja noch ein heises Seelchen. Willst du nehmen deine Tochter zurück oder soll ich großziehen und dann wieder? Kann da bleiben, super. Auch noch, super. Aber ein bisschen Rückenschwerte, ich habe bekommen. Möchte wiederkommen, guck mal. Jetzt, ich seh aus meinem Konzept raus, sägen dir diese kleinen Tiefs. Hör mal weiter. Hör mal weiter. Besonders glücklich sieht er aber nicht aus. Ah. Da waren wir also. Oh. Ein Mann wie ein Band. Guck mal, was ist aus ihm der Worte. Lass uns ihn holen, lass uns ihn holen, lass uns ihn holen. Danke.